hallo ihr lieben und willkommen zurück bei elex freuen wir uns doch alle mal voller neuen mutes und jetzt legen wir uns dann mit dem kleinen da unten nochmal an der pisser und diesmal gucke ich nicht auf die tastatur kräuter 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 ach ja und schon habe ich wieder spaß am spiel gut wie man sich dann auch so schnell über sachen aufregnen wird die steuerung und alles mögliche ich bin ja dann mach mal mit ich tanke und du haust und ab und zu mache ich mal mit vor allem mit diesem schild schlag super ja nein jetzt habe ich noch einen block gehabt na willst du weg jawoll kaja wunderbar du gut gemacht verrottete überreste einer längst vergangenen zivilisation ja können wir verkaufen irgendjemand wird schon noch gebrauchen können so tollkraut was haben wir denn hier noch so hier haben wir noch mal metallschrott metallschrott müssen wir den eigentlich einschmelzen oder so diesen metallschrott wahrscheinlich irgendwann mal hier haben wir nix okay hier noch irgendwas nope so dann machen wir uns weiter auf zu den berserkern oh federvieh moins gut berserker wo seid ihr da drüben da hinten da müssen wir hin na denn auf sie mit gebrüll juhu ja ah hier waren wir schon mal oder nee was sind das hier guck mal so ein ausguck ein alter so ein altes jagd häuschen ne würde ich mal fast sagen vielleicht finden wir da was oder waren wir hier doch schon mal hier haben wir nämlich nix vielleicht waren wir hier doch schon mal hm who knows who knows so kai ah kai kai kaija ist schon wieder da oben irgendwo geblieben ne ach da kommt's ist noch leider gelaufen oh giftkraut äh alles klar okay jetzt weiß ich wo wir sind da hatten wir noch dieses gebäude wo die verlorenen oder wie die heißen waren ne was sind das hier für eine lagune waren wir da schon mal drinnen mit dem wasserfall da hier haust doch bestimmt jemand oder sich hier keiner niedergelassen hätte ich jetzt eigentlich vermutet okay hier finden tun wir auch nix schade nix hinterm wasserfall ist ja manchmal so dass man dann durch den wasserfall durchgehen kann da 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 gut berserker wir kommen dann hoffe ich dass sie irgendwie wer da hinten und und oder okay kannst du vergessen kannst du vergessen kaija kommt komm weg flucht nach vorn kommt sie oder kämpft sie ne sie kommt und irgendwo haben wir ja auch noch unseren ähm freund das machst du nicht ungestraft lass ihn lass ihn hat keinen sinn kaija hat doch keinen sinn kaija will unbedingt na wenn kaija will dann machen wir halt mit oh da hinten ist kaija hingeflogen hm hm komm wir rächen sie sie ist aber ordentlich geflogen gerade war ach hi ja schon vermisst ih guck mal wie das aussieht wenn sie zaubert was ist das was ist das kaija wo ist er da ist er ah fuck muss man echt aufpassen mit diesem Ding ey und sich da nicht immer selber umhaut juhu da ist er da wohnen so das lassen wir nächstes mal aber wenn ich sage wir gehen dann gehen wir kaija so jetzt müssen wir nur noch da irgendwie nach oben kommen machen wir hier wieder deine Sachen damit wir blocken können Giftkraut nehmen wir auch mit da unten haben wir raptoren ok die laufen aber gerade weg dann sollen sie mal laufen und wir gehen hier hoch so hatte ich denn eigentlich irgendeinen Plan was ich als nächstes lernen wollte ich weiß das gar nicht ich hatte bestimmt irgendeinen Plan und habe es vergessen oh was das früher wohl mal war ja ist aber zu hoch ne ja ne so hoch kommen wir noch nicht da müssen wir unseren Jetpack erstmal aufpusten so da oben ist schon etwas von den Berserkern weit ist es nicht mehr bleib hinter mir ja wunderbar so soll das so hier oben oh hier hatten wir ja auch mal laufen die hier noch rum ja die laufen da noch rum die sind aber Totenkopf noch ne naja Moloch ne komm kaija die müssen wir über die Brücke hier peu a peu nicht wieder alles überstürzen oh und weg tschüss kann ich hier rennen kann ich hier rennen äh da oben ne hier gehts weiter da 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 die lassen ja irgendwann von einem ab ne ich wünschte wir hätten einfach mehr Zeit ach ist alles gut Kaji guck mal wir sind jetzt bei den Berserkern sagen wir erstmal wieder hallo die haben wir auch schon lange nicht gesehen vielleicht können wir über die das Lager der Mitte will ich eigentlich gar keinen Bericht erstatten wir müssen ja nicht alles wissen hier die Berserker ja die wollen es zwar aber ja ob das so intelligent wäre so können wir hier dann rüber hier kommen wir rein ne jawoll ok unsere alte Heimat mehr oder weniger so wirklich niedergelassen haben wir uns hier ja nie gut dann schauen wir erstmal wo wir jetzt irgendwelche Händler haben äh den Marker können wir ja erstmal weg machen Bonn Überlebenshändler hoffentlich begegnen wir niemandem den ich kenne ich hab jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung ach ja du kamst ja von hier Kaji stimmt ach das könnte spannend werden vielleicht treffen wir da ja wirklich jemanden und wir gehen erstmal runter zu Bonn und dann schauen wir mal hey mein Freund so bring mir mal was bei bring mir etwas bei alles klar alles klar strahlungsresistenz feuerresistenz giftresistenz guter Esser erhöht die Wirkung die du aus Nahrung gewinnst wäre eigentlich nicht schlecht wäre eigentlich nicht schlecht extra Hit Points gibt zusätzliche Lebenspunkte mit jeder Stufe okay das wäre auch nicht schlecht vor allen Dingen gerade am Anfang okay am Anfang ist gut zusätzliche Lebenspunkte mit jeder Stufe komm das hole ich mir mal das hole ich mir mal dann haben wir noch drei Punkte wir haben auch mal einen Freund von mir gearbeitet lass uns wieder verschwinden achso ich dachte wir wollen Hallo sagen wer ist denn dein Freund ach man sie ist hier oft gar kein gut zu sprechen mal gucken ob wir noch Probleme bekommen weil wir sie jetzt dabei haben aber eigentlich glaube ich eher nicht ist eigentlich hier unten da wollte ich auch irgendwann mal gucken gehen was das was da unten so alles ist das sollte man vielleicht bald mal machen so ist nur ein Setzer gut hier haben wir noch die Händlerin drin wo ist er dunkel und hell da ist er sind da Hallo äh Sachen Angebot die nichts kosten Persönlichkeit 4 können wir das denn? ne nicht genug bringen wir etwas bei bringen wir etwas bei natürlich natürlich oh wir können gar nichts bei ihr können wir gar nichts hier fehlt uns noch Gerissenheit falschen wie levelt man denn Gerissenheit eigentlich Intelligenz Gerissenheit Intelligenz Gerissenheit mhm ok sie kann uns gar nichts beibringen Persönlichkeitslehrer quasi die will nicht so da hinten haben wir noch einen Händler ähm einen Lehrer Leute was bleiben wir mal durch hier so da ist er hi mein Freund äh wegen der Raritäten bring mir etwas bei wie du willst wie du willst oh Schlösser knacken oh Intelligenz 2 bräuchten wir da noch es wäre nicht Sockel einsetzen du kannst gesockelte Waffen an der Werkbank mit magischen Steinen aus ich ich will Sockel einsetzen Chemie Hecken Bergbau erhöht den Ertrag wäre schon ganz geil aber nicht unbedingt Intelligenz wir haben jetzt glaube ich aber keine Punkte mehr zu vergeben ne verdammte Technik ja Attributspunkte nein haben wir nicht ok dann haben wir schon mal Sockeln dann können wir nämlich mal Sockel einsetzen versuchen wie das klappt Gucken wir oben trotzdem noch die Lehrer dieses äh Ausschlachten würde ich ja ganz gerne lernen bei so viele Waffen findet man jetzt auch nicht wirklich ne dass man das unbedingt braucht äh schwierig 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 so da oben ist noch einer lololo hey Duracelle der Kampf gegen Duracelle einst war er hier so wer ist denn hier bist du die Lehrerin eine Heilerin siehst du nicht dass ich beschäftigt bin heil mich siehst du nicht dass ich beschäftigt bin doch aber heile mich doch dann gehen wir mal rein er hier ist das ne hey so bring mir was bei bring mir etwas bei ja Schwierig ach er ist derselbe den wir schon mal hatten gut dann machen wir hier nochmal einen Schuh runter da ist nämlich auch noch ein Lehrer wiii da drüben steht da vielleicht hat er ja noch irgendwas für uns bring mir etwas bei ja oh er sagt nur ja ach er macht hier auch Strahlung guter Esser Ausdauer ok nee denn eher nicht haben wir denn hier nicht irgendwo wie soll das nur weitergehen wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen ja 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 überlebens überlebens kampflehrer handwerklehrer und persönlichkeitslehrer es gibt leider keinen er müsste denn nicht der handwerklehrer hier ausschlachten gehabt haben das habe ich jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet aber eigentlich müsste der doch ausschlachten haben zählt er als Handwerker also zumindest kann man es ja an einer Handwerksbank oder an einer Werkbank machen Handwerksbank Werkbank weiß ich nicht Wache wo ist er wo ist er wo ist er sorry für das Rumgerenne aber ich bin einfach nur froh wenn wir hier mal ein paar Sachen lernen wie Sockel einsetzen das wird super ich glaube da können wir echt uns auch mal so irgendwie ja das war halt Schaden auf die zaubern ne bring mir etwas bei wie du willst wie du willst man kann zweimal klaren und Schlösser ist klar Waffen ausrüsten haben wir schon Goldschmied Sockel einsetzen Chemie Hacken immer mit der Ruhe ne Bergbau ne schade hat er nicht hat er leider nicht hat er leider nicht Bergbau könnten wir noch lernen aber ne nicht unbedingt dann machen wir uns mal oben auf zu dieser Werkbank öh wer warst du nochmal ich hab zu tun Ah Orgne hat zu tun Jo dann Technik Pah wir können darauf verzichten Gott jetzt sind sie alle richtig so he 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 Schade ich dachte das können wir klauen gut auf nach oben zur Werkbank ich weiß nicht ob es hier irgendwo noch eine andere gab irgendwann werden wir uns in unserem eigenen Dorf da diese Werkbank holen ich weiß noch nicht welche Unterschiede das macht weil da man konnte ja irgendwie Outlaw Werkbank oder Kleriker Werkbank kann man an den verschiedenen Werkbänken verschiedene Sachen herstellen eigentlich kann ich mir das nicht so richtig vorstellen grün war Händler ne genau grün war Händler wollen wir mit ihm mal reden vielleicht kennen die sich ja zeig mir den mal an gib mir den mal an für reines Elex Schade ich dachte die Kaya kennt hier irgendjemand kennst du den da drinnen den Obermacker hier wo ist denn der da wegen des Klerikers eigentlich können wir den Kleriker jetzt verpfeifen nachdem die so kacke sind ok der eine war nur kacke muss ja nicht für alle zutreffen aber der ist schon mies ne also der da die Leute das Essen von ihm haben will dem wir noch 2000 Elex Sieg geben sollen so dann zeig mal her hier Werkbank wie geht denn das jetzt mit dem Sockel einsetzen vor allen Dingen müssen wir erstmal gucken welche Waffe habe ich denn jetzt gerade ausgerüstet das Holzschild da passt kein Sockel rein oder wie ist denn das hier wie ist denn das hier Waffen Tränke brauen Schmuck herstellen Steine was ist das hier Fernkampf Nahkampf Regentenschwert das haben wir gerade ne gut Waffe steigern Sockel Sockel bestücken da könnten wir jetzt einen Sockel einsetzen oder Eingabe Sockel einsetzen 1 ja habe ich warum kann ich jetzt nicht ich drücke Enter Eingabe oder habe ich muss ich mir erstmal so einen Stein machen aber die habe ich doch eigentlich oder ach ne guck mal gelber Stein ich habe kleiner was macht der denn Malus Resistenz des Gegners Bonus Roter macht Bonusschaden Bonus Wuchtschaden Weißer macht Bonusschaden Gefährten ok komm wir machen mal so einen roten Stein großer roter Stein oh dann gibt es noch mehr ok verstehe jetzt ich will es erstmal testen wie es klappt so Sockel warum kann ich denn das nicht sockeln hä Möchtest du die Waffe verbessern ne erstmal nicht weil dann kann ich sie wieder nicht benutzen eine Stärke fehlt mir Waffe Modifizierung ah er hat auch hier Sockel oder hat er keine Sockel Plätze verstehe ich nicht Modifizieren geht auch nicht vielleicht kann ich auch gar nicht warte mal ich muss mal bei den anderen gucken Breitschwert ne der hätte einen Sockel ok der hat keinen Sockel Platz auch das noch das Schild hat auch keinen Sockel Platz Kalans Hammer hat auch keinen Sockel Platz ok und die können wir nicht benutzen weil da fehlt uns noch Stärke und Geschicklichkeit den Ojukdor könnten wir aber sockeln Bonus Wuchtschlag das dieser Ojukdor der zählt dann für alle ne kann das sein Bonus Resistenz Erfahrung Quest bei den Grünen ok ein großer wäre natürlich erstmal am geilsten aber die haben wir nicht warte mal dann setze ich mir bei den Ojukdor mal hier hier so einen gelben Stein können wir noch bei den anderen geht es gerade nicht gut wieder zurück Ojukdor na komm Sockeln gut dann machen wir Bonus Wuchtschlag plus 3 und Bonus Resistenz und dann nehme ich hier noch Quest Erfahrung plus 1 und die Sachen habe ich jetzt ja einsetzen ja ok ist ja oder ist das jetzt da drin ne sieht so aus sollte wohl sein der Fehler können wir denn in unserem Bogen noch den Jagdbogen hatten wir ne ne da können wir auch nichts gut Ringe Tränke Steine wo war denn nochmal Waffe auseinander schrauben ähm war das nicht auch hier ausschlachten auseinander schrauben brauchen wir da keine Ahnung wo ich das bekomme er gibt Elexit und Elex reines Elex hm ist das wichtig für uns ich weiß das doch auch nicht na gut wir haben jetzt zumindest schon mal den Sockel das mit den Sockeln gemacht endlich mal nach ein paar ich glaube 80 Folgen oder ein bisschen mehr haben wir jetzt mittlerweile schon immerhin habe ich es mal hinbekommen mir einen Sockel rein zu hauen na gut ihr Lieben dann würde ich sagen in der nächsten Runde gucken wir hier dass wir runterkommen in dieses Tal der Verlorenen da würde ich mich ganz gerne nochmal umgucken da hatten wir ja auch nochmal diese Begegnung mit den Alps gehabt ne den ich damals erstmal aus dem Weg gegangen bin Kaja alter was machst du denn da schon wieder geh runter so stehe ja leider alles klar ihr Lieben dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt bis zur nächsten Runde bei Elex bis denn bye bye